Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu Doom and Destiny wir sind in einer weiteren Folge und wir sind immer noch hier in dieser lustigen famosen Fabrik ist ein Schalter nein das ist kein Schalter der sieht nur so aus und ich habe es gerade so geschafft dass ich hier vorbei bin so hallo ich will mit dir kämpfen gib auf die kugelbizze ach ja das weiß ich schon danke so nach oben und es wird ja immer schlimmer kugelbizze Action ich versuche jetzt wirklich nicht zu berühren weil bringt ja nichts wenn ich die berühre ich finde diese Schalter das ist ein Rädchen warum kann ich da oben im kreis gehen weil ich noch nicht so drehst du dich bitte um ich dachte ich bin vorbeigekommen und ein Kakteen kommen da haben wir wieder so einmal rein dass sie draus und eine davon super nichts raushauen wieder aus gründen so aber nicht okay dann normale attacken kommen kommt dann doch hast du super nix ja super nix damit wir auch ein bisschen ANP Regeneration haben kann sein dass die uns unsere normale Regeneration nehmen doch die hauen uns unsere normale Regeneration weg oder finde ich ja jetzt gar nicht gut na gut da muss ich wohl doch das heilende Lied öfter spielen wenn die uns einfach die das ist ja witzig die hauen einfach die Regeneration weg darf er wohl nicht verhaken haben und die MP natürlich auch so anke komm go oh nein Attacke go oh nein ach ein Crit wie schade für dich so so gut go und eine noch was zum Kaktus weiß ich nicht so stirb einfach ähm nochmal komm hör mich nicht an ja komm keine Angst mach mir nicht Uranampulle so toll und da müssen wir offensichtlich durch ja ich wäre so schön vorbeigelaufen na toll wieder so blöder Kaktin so ach gut ja komm einmal ein Schleicher weißt du was wir hauen jetzt dort so einen Schleicherangriff raus geht einfach na gut geht eh gar nicht mal so viel schneller heilt das Lied so damit wir nicht ganz sterben natürlich oder machen wir ja nee komm ich glaube wir brauchen das andere gar nicht reinhauen weil es ist egal zum Schluss wir bekommen eh wieder ein paar MP wir bekommen eh wieder zurück nach dem Rampf also von dem wir einfach mit Angriffen arbeiten das passt hätte ich gesagt so ähm ok Mikrofon ge-ge-ge-gedödle so ok so ich glaube jetzt habe ich wieder ganz viele tolle Spikes und weil ich das Mikrofon einmal herum ähm drehe und so da da und nochmal ja strafende Dornen oh nein ich habe immer strafende Dornen gelesen glaube ich egal aber ich bin zu süßen so ein Pirat ähm Ding so ja go passt flupflupflupflupflup so wo bin ich? da bin ich na super gut aber das war jetzt viel ach hey Was ist das? Das sind B... Wäre toll. Clicker. Schinken in B. Okay, ich habe keine Ahnung, was das dastehen soll. Ich weiß nur, dass Johnny relativ mies beisammen ist. Von den HP her. So. Ach Gott, wir anfangen den Pär natürlich auch, weil ich diese Schinkenvieh kaputt machen muss. So, Eisgut. Diese Elektroratte, die hat halt schon Ähnlichkeit mit gewissen Dingen aus anderen Franchises. Ich weiß nicht warum. Hm. Dunk. Aber jetzt ist er halt auch tot, ne? Ja, immer auf Johnny, der Arme. So, dunk. Nochmal, komm, go. Dunk. Nochmal, go. Dunk. Nochmal, go. Wer sei jetzt einfach so offen? Passt. Okay, schön. So. Der ist sauer, das ist aber okay. Ne. Warte. Super. W-w-wes. Eine Riesenmachtung. Warte schon. Ja, ja, komm. Was? Was? Dreimal ist halt schon fies. Ja, komm. Dafür? Dafür? Was hast du jetzt davon? Dafür hau ich dir einfach ganz viele Negative Buffs rauf, ja? So. Gut, schade, dass ich hier nichts machen kann, weil ich keine MP habe. Hast du Glück gemacht? So einmal Supermix, bitte. Dass vielleicht Johnny die MP ein bisschen heilt und heilendes Lied, glaube ich, brauchen wir nicht, weil wir haben... Ja, wohl andererseits... Ich könnte Drachen... Ja, komm. Ich bekomme Johnny einmal Drachenblut. Mit wird der MP. Alter! Der zieht ihm hauptsächlich wieder die ganzen Dinge ins Los. Das darf mir so nicht wahr sein. Machtglied. Und jetzt hauen wir da drauf los. Nochmal flinke Hände. Machen die Arbeit. Baltenhände. Äh, Ente. So. Ah, 10 physische Schadenlegierung. Das ist ganz toll. Weil jetzt können wir hier mit der allmächtigen Attacke richtig Schaden machen. Ja, 308... Ach, guck mal, die ist schon fast tot. Ach, du armes Ding. Das tut mir ja richtig leid. So, ja, kannst du schon sauer sein. Ach, wie lang geht denn das noch? So. Hallo. Ha, ich hab's noch. Ich hab's noch. Bevor mich der Typ gesehen hat, hab ich's noch geschnappt. Ja. Ja, komm. Ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. So, machen wir einmal heilendes Lied drauf. Ja, besser als nichts. Weil ich kann mich im Menü nicht heilen. Ihr wisst ja, wie's läuft. So. Dann blutiger Schlaf. Zwecks Bluten. Und einmal Vampirismus. Zwecks mehr Bluten. So, und das Viech ist ja jetzt. Komm, einmal flinke Hände und dann ist auch schon Ende im Gelände. Mit flinke Hände ist auch Ende im Gelände. So, den Rest machen wir mit Angriff, hätte ich gesagt. Dann kommt dieses bisschen, dann ist es ja... Und was soll denn das? Und aus dem Bett Bluten und überhaupt... Ach komm, bitte. Was will denn das überhaupt? Ich kann doch gar nichts. Na, Titta. Irgendjahr. Komm. Schlitz. Und nochmal Schlitz. Und... Oh. Glück gehabt auch noch. Jetzt war gut. Sorry. Ich bin ja... 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 Aber ich sag mal... Da kann ich jetzt gar nicht zu... Zu übermächtig sein. Einfach aus dem Grund, weil ich hier eigentlich sonst noch gar nicht sein kann. Sonst drehst ich bitte nicht und du auch nicht. Ach, guck mal, da ist noch so ein Typ. Willkommen, Abenteuer. Meine elektrifizierten Turnhalle. Boah, Fräulein. Eine Turnhalle mit Kindern und elektrifizierten Kugelnblitzen, die darin rumfliegen, ist keine gute Idee. Ah, das ist aber nun mal, wie ich das hier regle. Bereit für eine Herausforderung? Äh, na okay, komm, mach mal. Das ist ja toll. Ich will nicht dich, Sparkle. Ach hey, das ist schon wieder so eine Trainerin-Geschichte. So, gut, dann machen wir einmal... Ähm, was machen wir denn da jetzt? Supermix? Ja, komm, hauen wir mal Supermix rein. Dann hauen wir einmal blutiger Schlag auf China-Funke. Dann einmal flinke Hände auf China-Funke. So. Und heilen das Lied. Schauen wir mal, was da so passieren tut. Blitzresonanz. Ist okay. Blitzkugel. Ist nicht so okay, aber ich mag Blitze. So, was? Gehirnschock. Das ist fies. Zu schnell zu bieten. Was? Wieso darf der zehnmal angreifen? Ähm, hallo? Jetzt reicht's dann. Puh, was war denn das jetzt bitte? So, heilen das Lied. Go. So, nochmal flinke Hände. Samt. Passt. Passt. Hat minus zehn. So, dann machen wir da einmal Machtangriffe. Mehr können wir ja nicht. 384. Sehr schön. Und nochmal Vampirismus. Zwecks der Blutung wär's. So, 92. So, 92. Guten Schaden. Autsch. Autsch. Oh, kriegt man auch noch. Toll. So, ja. Natürlich, natürlich darf der 5000 Mal hintereinander. Jetzt reicht's dann. Müssen wir nochmal heilen das Lied machen, damit die Regeneration echt steigt. Aber Francis ist echt fast tot, was nicht so schön ist. Ähm, dann machen wir hier einen Schleichangriff. Aber zumindest das macht richtig schönen Schaden. Autsch. So. Und weißt du was? Francis bekommt ein feines Steak von mir. Ich möchte ja nicht, dass Francis stirbt. Wobei allmächtige Attacken echt besser gewesen wäre in dem Fall. Mike ist tot. Was für ne Freude. So. Toll. Ah, vier sogar. Toll, warum ist jetzt Mike gestorben? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also, dass Mike tot ist, ist halt echt scheiße. Genauso wie ich das echt nicht toll finde, dass der zehnmal hintereinander angreifen darf. Na gut, dann muss ich Mike wiederbeleben. Nicht alles nix. Das wird ihn wahrscheinlich gleich wieder töten. Natürlich. Komm, ich hab so viel Regeneration, das kann's ja nicht sein. Weißt was, ich geh jetzt aufs Ganze. 440! Oh. Scheiße. So. Ähm, Bankett, Vampirismus. Ich mein, ich könnte jetzt nochmal Vampirismus machen. Ich, ich geh einfach aufs Ganze. Blitzresonanz. So. Blitzsturm. Ja komm, du bist jetzt zehnmal, was passiert hier. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Dürfte ich vielleicht einmal noch angreifen, bitte? Offensichtlich nicht. Okay. Ja, das war jetzt echt ein bisschen fies. Aber naja. Komm. Alles nicht so tragisch. Jetzt wissen wir ja, auf was wir uns einlassen. So, also rein da. Und ich muss einfach jetzt, das Gute ist, dass ich jetzt diese Träne ja nicht mehr bekämpfen muss. Dreh dich um. So. Weil ich ja die Kisten jetzt schon alle geholt habe. Was ganz gut ist eigentlich. Hui. Und nach, 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 nach. Und nach unten. Okay. So. Zeug wäre vielleicht auch nicht schlecht. Weiß ich nicht, warum ich das vorher nicht mitgenommen habe. So. Drehst du dich bitte um? Drehst du dich bitte? Genau. So. Okay. Und dann nach unten. Ja. Gott sei Dank. Okay. Gut. So. Zack, zack. Und da kommen wir auch durch. Und das geht auch gut. So. Du bleibst bitte so. Kannst du dich bitte drehen? Ah, ich bin, ich bin ja reingelaufen. Das war ein Versehen. Naja. So. Blutiger Schlag. Ne, allmächtige Attacke. Komm, wir müssen schauen, dass wir die wegziehen. Vampirismus. Go. Weil ich glaube, ich sollte vielleicht gar nicht so viel MP brauchen, ne? Mal der Attacke. Gut. So. Heilendes Lied brauchen wir in dem Fall nicht. Wir machen ganz normale Attacken, weil so stark sind die alle nicht. Ja, der einzige Haken ist, dass ich halt die Menü nicht heilen kann. Aber das ist jetzt nicht so tragisch, ne? Muss ich sagen. Finde ich halt jetzt. So, allmächtiger. Ne, wir machen normalen Angriff. Ich muss MP sparen. So, sehr schön. Und nochmal. Und nochmal. Nass. Okay, gut. Super. Ah, Johnny hat, ähm, gelevelt. Passt auch gut. Also das Gute ist, wenn wir auch immer, immer mal wieder leveln. So, drehst du dich bitte um? Ich möchte nicht gegen dich kämpfen, Freundchen. So, achso. Ja, und jetzt, ähm, go. Das ist halt echt doof hier. Bist du dich? Genau, danke. Scheiße. Scheiße. Das war jetzt nicht ideal. So, nein, das war... Und hoch da. Okay, passt. Ähm. Danke. Nein! Verdammt! Na, super. Oh, ich sehe gerade, wir haben ein bisschen MP verloren. Das bedeutet, ich hau einen Supermix rein. So, und jetzt die... Okay, vielleicht sollte ich auch eine Heilung reinhauen. So, und jetzt hauen wir die... Okay, da muss ich wirklich mit... Ja, komm. Ach, das geht so auch. Das kriegen wir so auch hin. Ich muss MP sparen. Das hilft alles nix. MP müssen voll sein nachher. Ja, komm, das kriegen wir so auch hin. Dauert zwar ein bisschen, aber... Das muss eigentlich so passen. So. Okay. Vielleicht beim nächsten Kampf ist eigentlich alles entscheidend, dass wir so schnell als möglich auf Regenerationskurs kommen. Da hauen wir einfach Supermix und heilen das Lied und so Zeug raus, bis zum Umfallen. So. Stirb einfach, danke. Sehr schön. Also jetzt sogar. Okay. Gut, dann bitte einmal hier den da machen. So, ja. Go. Spannend. Blitzkämpfer. Blitzkämpfer. Hallo, Blitzkämpfer. Was für eine Freude. So, einmal heilen das Lied. Passt gut. Dann einmal schauen wir, was wir da... Haben wir einmal nix. Na gut, dann machen wir hier flinke Hände, damit wir das hier da hinten auf jeden Fall gleich mal ein bisschen penetrieren. Dann machen wir hier einmal Supermix. Ich mag Blitzkämpfer. Ist okay. So, nochmal Supermix. Autsch. Autsch. Was ist... Warum jetzt alle auf Niedel? Ach komm. Ach komm, das ist jetzt scheiße. Was soll... Alter, was war jetzt das für ein Scheiß? Boah, das kann ja nicht sein. Aber wie scheiße war das denn jetzt bitte? Ach komm. Ernsthaft? Boah. Ja, also das ist ja echt... Also das war jetzt ja wirklich scheiße. Ich mag Blitzkämpfer. Ja, natürlich haut der immer die Krips raus. Ach Gott, ernsthaft. So, hauen wir nochmal Supermix raus. Heiliges Lied nochmal raushauen auf alle. Autsch. Ach cool. Das haben wir sogar überlebt. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So, einmal Pizza auf Niedel. Autsch. Ja, auf Johnny ist okay. Ich meine, der schafft es zwar auch nicht, dreimal, also permanent angegriffen zu werden. Aber es ist zumindest besser als, wie wenn es auf... Ähm, so, würdet ihr euch bitte heilen dann? Ich hau jetzt ein Bankett auch noch raus. Oh ne, nochmal ein Supermix. Muss auf jeden Fall, falls ich es jetzt nicht schaffe, muss ich Zeug organisieren. Wann heile ich mich jetzt? Okay, passt. So, komm, weißt du was? Das ist jetzt noch ein bisschen machtvolles Lied. Jetzt habe ich mich richtig schön gebufft. Jetzt müsste eigentlich... Also gut, Google hat wenig Regeneration, aber Google macht ja normalerweise eh nicht so extrem viel Angriff, glaube ich. So, Schleichangriff sollte eigentlich relativ effektiv sein. So, allmächtige Attacke. Ich gehe jetzt einfach voll auf Risiko. Ich hau den jetzt richtig. Oh, 960. Ja, sowas will ich sehen. Das ist okay. Das ist wiederum nicht okay. Wenn der einfach dreimal die gleichen angreift. Ja, komm, mach ihn. Das ist eine Frechheit. Ich habe keine Ahnung, warum das der so... Alter, jetzt reicht es dann. So, dürfte ich jetzt... Genau, ich wollte gerade sagen, dürfte ich jetzt bitte wieder. So, Bankett mal auf alle, damit Francis das überlebt. So, dann nochmal Schleichangriff auf den Typen da hinten. Und dann machen wir nochmal heilendes Lied, weil offensichtlich ist die hohe Regeneration immer noch zu wenig. Natürlich. 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 So, weißt du was? Stirb, du scheiß... China... Oh, nicht ganz, aber fast. Ach, ich sehe gerade, weil die leider jetzt wieder... So, reicht es jetzt wieder? Nein, natürlich nicht. Jetzt reicht es aber. So, nochmal heilen... Oh Gott, muss ich jetzt echt nochmal heilen das Lied machen? Ja, offensichtlich, ne? So, und hier nochmal flinke Hände, damit der auf jeden Fall wieder seinen physikalischen Schaden-Debuff bekommt. Nichts Ball. Ist okay. Ich mag Blitzer. Ist okay. Das ist auch okay. MP-Ziehen ist auch okay. Ähm, Vampirismus. Komm, stirb einfach. Stirb einfach. Ach, nicht ganz. Okay. Aber solange nur so komische Angriffe macht das alles gut. Ja. Funkenstirn. Oh ja, kriegt das natürlich wieder so. Aber jetzt, komm. Jetzt muss er sterben. Und, tschüss. Alter, was war das bitte für ein Kampf jetzt? So, zum Glück haben wir gelevelt. Dann gehen wir hier einmal auf 10. So, und hier gehen wir einmal auf 9. Jo, kämpf gut und verdient die Auszeichnung meiner Turnhalle. Turnhallenabzeichen. Ja, also, danke. Aber du solltest trotzdem eine Elektrik rufen, um deine Turnhalle nach den Sicherheitsvorschriften einzurichten. Vielleicht werde ich das. Ah, das ist ja schön. So. Ich weiß nicht, was ich jetzt umgeschaltet habe, aber ich brauche eine Bronzekugel des Beschwörers. So, ich schalte das um. Dann kann ich hier... Na, oh Gott, ernsthaft. Ich will mit euch nicht spielen, Leute. Was ist denn das? Was sind denn das? Das sind Drucker. Ach, hey. Das sind Drucker. Elektronkopierer. Ach, hey. Splitt. So. Ach, Gott, diese Sound, der macht mich wahnsinnig. Der nervt mich jetzt schon. So, hi, Lindus Lied. Also, der nervt mich jetzt schon wieder, quasi. Splitt. Ja, ist okay. So, weißt du was? Allmächtige Attacke. Was? Nee, Mordhimmer beschwören. Komm, go. Das kann sich sein. So. Ah, hier sind flinke Hunde. Oh, ich schläge. Jetzt schlägt's. Wobei Schleichangriff etwas gewesen ist, ne? Weil ich bin echt begeistert von diesen Gruppierern, wie viel die aushalten. Oh, 108. Und das kriegt der Match. Dabei wollte ich doch nur schnell hier den Kampf beenden. Also, ich muss sagen, dieser Turm, der ist mir echt unsympathisch mit diesen Gegnern. So, allmächtige Attacke. Komm, stirb jetzt. Ist irgendwas. So. Machtvolles Lied. Ach, da ist ja so ein Kaktus auch noch da. Jetzt seh ich's erst. So, Schleichangriff auf den Kaktus. Stirb, Kaktus. Danke. So, dann einmal Vampirismus auf den Gruppierer. Stirb, Kaktus. Oh, dann kann man auch Blutung zufügen, wie das auch immer geht. So. Und den Rest machen wir mit normalen Attacken. Kaktus, stirb. Kaktus, stirb. Kopierer, stirb. Danke für Gott. So. Gut, aber wie es weitergeht, liebe Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss.